Ja, herzlich willkommen wieder bei Buno und Finanz. Schön, dass du eingeschaltet hast. Lass ein Like da, lass ein Abo da und natürlich die Glocke aktivieren. Heute geht es um zwei Themen. Erstes Thema, es laufen viele Prop Trading Firmen auf dem Scam. Es gibt aber zwei Varianten an Prop Trading Firmen. Die müsste ich euch hier einmal vorstellen. Ich habe ja gestern gesagt, es gibt noch eine zweite Variante, wie ihr natürlich Prop Trading Firmen oder Fremdkapital bekommt, ohne dass ihr halt sagen müsst, mit einer großen Gefahr, dass es auf dem Scam läuft. Ich bringe hier einmal Apex mit und ich bringe auch einmal das Unternehmen Next Prop Trader mit. Diese zwei Unternehmen ist ein ganz großer Unterschied zwischen Founded Peaks und zwischen FTMO oder halt Founded Next selbst. Also das sind halt drei Prop Trading Firmen, wo wir halt natürlich MetaTrader 4 und MetaTrader 5 benutzen. Diese Prop Trading Firmen brauchen aber MetaTrader 4 Lizenzen. Also mit einem Broker natürlich müssen sie zusammenarbeiten. Und wenn der Broker sagt, ihr habt keine gültige Lizenz mehr, wird der Broker abgekapselt. Und schon kann so eine Prop Trading Firma wie die hier, die hier oder die hier komplett zumachen, weil keine Auszahlungen mehr funktionieren. Das ist die erste Variante. Die habe ich euch ja die ganze Zeit gezeigt. Wie gesagt, ihr findet auch kein Marketing Link unten oder kein Waffle Link. Ich mache auch keine Werbung dafür. Ich sage nur, dass man damit passives Geld verdienen kann. Es ist kein Muss. Ich sage auch immer wieder, ihr müsst recherchieren, ob diese Unternehmen auch zu vertraulich oder sehr vertraulich sind. Ob man da überhaupt was investieren sollte. Sollte man die Challenge machen? Und ich sage auch immer wieder, macht eine kleine Challenge. Testet das Ganze. Wie bei FTMO ist das kleinste 10.000. Kostet 155. Am Ende kriegt ihr das Geld zurück. Dasselbe ist hier auch. Hier kann man mit 5.000 anfangen. Kostet 51 US-Dollar. Man bekommt es am Ende zurück, wenn man es schafft. Und ja, 51 Dollar zu investieren und erstmal das Ganze zu testen und zu trainen, funktioniert die Auszahlung. Das macht man zuerst, bevor man überhaupt ein 300.000, 200.000, 100.000 US-Dollar-Konto macht. Bei 300.000 hat man schon locker nästlich 1.600 Dollar weg. Bei 200.000 hat man schon 1.000 Dollar weg. Und bei 100.000 hat man schon 570 Dollar weg. Und bei FTMO genauso. Dasselbe Spiel. Hier mit 10.000 erst anfangen. Gucken, ob Auszahlungen funktionieren. Funktioniert alles. Es ist alles reibungslos. Dann könnt ihr mit höheren Summen auch arbeiten. Dann könnte man sagen, gut, dann investiere ich jetzt mal 1.080, weil ich habe mit 10.000 angefangen. Auszahlungen funktionieren. Ich gehe jetzt auf die höhere Stufe. Aber ich bekomme immer wieder mit, dass viele immer gleich sagen, gut, 100.000, 200.000 und ja, abgib ihn. Ich sage auch nichts dazu. Jeder kann sich selbst entscheiden, was er macht. Aber mein Tipp ist immer, fangt erstmal klein an und guckt, was passiert. Ich mache es momentan auch. Ich mache es momentan mit einem kleinen Konto. Hier zum Beispiel bei FountainPeaks habe ich 5.000 Dollar Konto gemacht für 65 Dollar. Warum habe ich das gemacht? Ich teste es erst. Ich gucke. Ich mache die Challenge. Wenn ich überstanden habe, gucke ich, wie die Auszahlungen funktionieren. Funktionieren auch die Auszahlungen. Und das ist wirklich wichtig. So, das ist aber die erste Variante, was natürlich sehr schnell Richtung ein Scam laufen kann. Was natürlich viele Pop Trading Firmen in dieser Art derzeit sehr schnell momentan auch auf Scam hinlaufen, weil die Lizenzen natürlich entnommen werden. Ja, rein theoretisch ist es kein Scam, weil ihr habt für die Challenge bezahlt, ihr habt die Challenge bestanden, ihr bekommt dafür ein Konto. Das heißt, das Fremdkapitalkonto selbst gehört nicht euch. Also es ist rein theoretisch auch kein Scam, sondern einfach die Lizenzmode abgenommen und die dürfen das nicht mehr betreiben. Viele Unternehmen und Pop Trading Firmen, die haben natürlich die Wände noch gekriegt, wie PIP zum Beispiel. Die haben jetzt andere Handelssoftware, die haben jetzt einen anderen Broker, wo sie zusammenarbeiten. Aber auch dieser Broker habe ich mal unter Lupe genommen. Und dazu mache ich auch nochmal ein Video, was man wirklich sagen muss. Da muss man sehr doll aufpassen. Jetzt zur zweiten Variante, um was es dann definitiv hier geht. Das hier für so einen Firmen ist immer ein Risiko. Jetzt, was ist Risiko ärmer? Was kann man wirklich sagen, wo man das Ganze durchführen kann, wo man ohne Bedenken trainen kann? Also, es gibt eine zweite Variante, dass es hier jetzt sagt Apex. Apex ist auch ein Fremdkapitalkonto. Ja, was ihr bekommt. Wir sehen hier 25k. Hier geht es schon los. Und darunter steht Rhythmic. Rhythmic ist ein Datenfeed. Sammelt natürlich auch Daten. Und dafür braucht ihr auch nochmal eine Software. Eine Handelssoftware. Eine Handelssoftware, was jeder richtiger Trader natürlich auch benutzt. Ihr denkt jetzt, ja, MetaTrader 4 und MetaTrader 5 ist doch auch eine richtige Handelssoftware. Nein, ist es nicht. Wir handeln da definitiv nur CFDs und das war's. Ja, man kann auch echte Daten empfangen mit MetaTrader 4 und 5. Man hat aber nicht so viele Möglichkeiten wie mit einer richtigen Handelssoftware. Hier ist es so, wir haben hier den IniaTrader Lizenz dabei und wir haben den realen Datenfeed dabei. Wir brauchen beide Varianten. Und dafür zahlt man hier monatlich 147 US-Dollar oder doch US-Dollar. Und man bekommt hier 25.000 an Fremdkapitalkonto. Logisch muss man hier eine Challenge auch hinbekommen. Aber man zahlt hier monatlich für die ganze Lizenz, was man bei den anderen Poptrading-Firmen gar nicht machen muss, was schon sehr, sehr seltsam ist. Weil die müssen ja rein tödlich auch eine Lizenz bezahlen für den Datenfeed für MetaTrader 4 und 5. Was da aber nicht passiert. Hier ist es so, hier zahlt man ein Datenfeed, was natürlich logisch ist. Man zahlt die Lizenz für die Handelssoftware, was natürlich auch logisch ist. Wie gesagt, und hier ist es auch vorgegeben, mit wie viel Lots ihr hier auch traden dürft. Hier ist es vorgegeben, bei 25k dürft ihr maximal einen einzigen Lot traden. Und nicht mehr und auch nicht weniger. So, dann wie gesagt, 50k haben wir 75k, 150k, 250k, 300k. Also bis zu 300.000 US-Dollar an Fremdkapital kann man hier definitiv bekommen. Ich selbst benutze hier immer den Rhythmic-Plan und ja, ist es auch besser, weil ich nutze eine ganz andere Software. Die Nina Trader könnt ihr auch mit benutzen. Das ist halt diese Handelssoftware. Warum hebt das Ganze mehr ab wie bei MetaTrader 4 und 5? Hier können wir mit Nina Trader auf allen Monitoren. Hast du zwei Monitore, kannst du es auf zwei Monitoren ausbreiten. Hast du vier Monitore, kannst du auch vier Monitoren ausbreiten. Alles, was du halt benötigst. Du hast hier eine Bookmap, du hast alles mögliche, was du brauchst. Und wenn du sagst, du brauchst fünf Charts, dann kannst du alle fünf Charts auf fünf Monitoren zum Beispiel machen. Hast du drei Monitore, kannst du alle fünf Charts oder alle drei Charts auf alle drei Monitoren schieben. Und das kannst du mit MetaTrader 4 und 5 nicht machen, weil es einfach keine richtige Handelssoftware ist. Hier mit dieser Handelssoftware kann man viel besser halt handeln. Man hat ein richtiger Datenfeed. Datenfeed sind dafür da, dass man richtige Daten von der Börse bekommt und dass man richtig loslegen kann. Gegensatz zu MetaTrader 4 und 5. Ich selbst, mein Favorit ist hier Atas als Handelssoftware, was ich halt mit Apex nutzen kann. Und was natürlich noch eine Poptrading-Firma ist, ist Next Poptrader. Die nutze ich halt am größten, weil hier funktionieren die Auszahlungen definitiv. Ich habe mein Datenfeed, was wirklich sehr schön ist. Der Support ist klasse hier. Man hat hier auch ein schönes Dashboard. Und wie gesagt, mein Favorit zum ganzen Verknüpfen für richtiges Fremdkapitalkonto, für richtige Datenfees. Im Gegensatz zu anderen Poptrading-Firmen, wo am meisten nur auf Scam hinlaufen, wo alle Lizenzen weggehen, funktioniert es hier sehr, sehr, ja, ich sag mal, zu 98% funktioniert es hier nicht, weil man zahlt hier seinen eigenen Datenfeed. So, du kriegst ein Fremdkapitalkonto und damit tust du dann auch Tränen. Dein Datenfeed deckst du natürlich ab mit deinem Gewinn. Also für die Leute, die wirklich Tränen möchten. Bevor die Frage kommt, kann man hier Copy-Trading machen? Copy-Trading funktioniert mit Arthas. Man kann mit Arthas mit mehreren Konten verknüpfen und einen Trade durchführen, das auch wirklich auf allen Konten dieser Trade ausgeführt wird. Mit Arthas funktioniert das. Mit Nina-Trader funktioniert das, glaube ich, nicht. Also ich benutze aber auch nur Arthas. Nina-Trader bin ich weggegangen. Aber wie gesagt, wer wirklich richtiges Fremdkapitalkonto traden möchte, muss natürlich nicht so doll in die Tasche greifen. Logisch, was kostet hier ein 300k-Konto? Also zahlen wir hier knapp 657 US-Dollar pro Monat. Also man zahlt hier nicht die Challenge, sondern nur definitiv diese 657 pro Monat. Und das ist natürlich dann auch realistisch. Man hat hier ein Fremdkapitalkonto, man hat den Datenfeed, man hat die Lizenz dafür. Gut, verdienen natürlich auch daran Geld. Und mit Widmec macht man natürlich auch nichts falsch. Das Ganze sieht dann so hier aus. Apex Trading Founded 300k. Läuft über Widmec. Wer Widmec nicht kennt, kann danach gerne mal googeln oder ich mache mal ein Video dazu. Die Einrichtung ist auch recht einfach. Genau. Dann kann man hier noch aussuchen. Permanent System, mit was möchte man hier gerne zahlen? Wie gesagt, mit Visa-Karte. Man muss hier wirklich alles angeben an Daten, wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Benutzername, Passwort, wo man halt wohnt natürlich. Nochmal kleine Eckdaten. Und wer natürlich das Ganze nicht in Englisch lesen kann, kann man auch auf Deutsch umwandeln. Dann sollte es auch übersetzt werden, rein theoretisch. Ja, jetzt wird es auch übersetzt. Da haben wir hier die Übersetzung drin. Genau. Also hier wirklich alle AGBs dann auch durchlesen bis unten hin. Also ist es nicht wenig, ist schon eine ganze Menge, was man hier bestätigen muss. Was natürlich am Ende, sage ich jetzt mal, bei Fremdkapital-Quinten, was wir kennen, zum Beispiel diesem hier, Vorname, Pax oder FTMO, haben wir natürlich sowas nicht. Weil wir können einfach nur bestellen, kaufen, loslegen, das war's. Aber da gibt es jetzt keine AGBs oder Richtlinien oder für die Datenlizenzen. Wir haben da keine Informationen, was man hier aber bekommt. Das heißt, man tut hier einen Vertrag eingehen. Und dieser Vertrag muss eingehalten werden. Hier steht auch drin, dass ihr halt Daten bekommt, den Datenfeed habt. Und das finde ich am besten. Abrechnungsdienstleistung, also auch hier durchlesen, wie die Abrechnung auch funktioniert bei Apex. Und dasselbe funktioniert auch bei NextPropTrader. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, bis zu 250.000 US-Dollar zu bekommen. Kostet pro Monat 299, weil sie aktuell eine Aktion haben. Statt 499, sagt man hier 299,4 US-Dollar. 5 Trades muss mindestens gemacht werden pro Tag. 100% Profit-Split. Also ihr habt 100% euren eigenen Gewinn. Also ihr müsst jetzt hier keine Gewinne teilen. Und maximal 25 Lots sind erlaubt. Also 15.000 Dollar Profit muss ja erwirtschaftet werden und 6.000 Dollar maximaler Verlust. Genau. Also hier zahlt man natürlich auch den Datenfeed. Das muss man mit bedenken. Deshalb kostet das hier alles monatlich. Und das sind richtige Fremdkapitalkunden, wo ich sagen kann, hier kann man definitiv das Ganze trainen, wenn man halt trainen möchte. Alles andere wie sowas hier ist natürlich einfach. Es geht schnell, aber es kann wie gesagt auch sehr schnell zu einem Scam laufen. So eine Fremdkapitalkonten. Also Fazit hier definitiv setzen. Wie gesagt, mit einer richtigen Handelssoftware kann ich definitiv empfehlen des Atas. Aber jetzt habe ich jetzt zwei Varianten. Erste Variante Risiko. Hohes Risiko sind Fremdkapitalkonten wie FTMO, Founded Peaks oder halt Founded Next oder Pro, Founded Next gibt es ja auch noch. Das sind halt alles Konten, wie zahlen etwas, wie machen die Challenge, wie bekommen das Konto und man unterschreibt nichts. Man muss nichts bestätigen an AGBs oder so. Man tut einfach mal einfach loslegen und man hat ein Konto. Und ja, wie gesagt, diese Lizenzen mit MetaTrader 4 und 5 sind immer sehr schnell entzogen bei sowas. Und vom neuen Gesetz aus hier aus der USA kann das definitiv passieren, dass diese Fremdkapitalkonten auf dem Scam hinlaufen. Zweite Variante habe ich euch gerade vorgestellt. Fazit ist natürlich bei Next Pop Trading oder bei Apex. Apex, wie gesagt, zahlt man natürlich für verschiedene Dienstleistungen. Man zahlt auch für die Software. Also wer natürlich die Lizenz bei Atas sich jetzt nicht leisten kann, dann wäre Apex das Beste für euch. Weil hier zahlt ihr natürlich die NinaTrader Lizenz mit dabei und die Datenfees. Das heißt, ihr habt beide Sachen zum Durchstarten. Das heißt, ihr habt hier dann NinaTrader und das funktioniert natürlich auch. Die, die natürlich Atas nutzen möchten, könnt Apex nutzen oder natürlich würde ich eher darauf hinweisen auf diesem Unternehmen. Ist dann halt, wie gesagt, weiterhin NextPropTrader.com und ja, man kann hier dann natürlich ein Paket auswählen und dann halt hier über Apex das Ganze dann traden. Wie gesagt, das wäre nur mein Tipp. Mit Empfehlung ist es jetzt hier nicht, dass ihr jetzt hier irgendwo ein Konto aufmacht. Aber das sind die zwei Varianten. Und wie gesagt, mit einer richtigen Handelssoftware kann man alle Monitore benutzen. Das sind richtige Fremdkapitalkonten, wo ihr wirklich einen richtigen Datenfeed habt. Und wie gesagt, andere Variante auf hohes Risiko reingehen bei Fremdkapitalkonten, hoffen, dass die Auszahlungen funktionieren. Wenn sie funktionieren, dann ist es gut. Was natürlich keiner da drauf euch hinweisen tut. Und viele YouTuber, wo halt nur Fremdkapitalkonten in dieser Variante wie FTMO oder halt sowas hier euch zeigen natürlich. Ja, schön und gut, dass sie halt große, große Profite machen. Aber am Ende läuft das auch auf dem Scam. Viele YouTuber tun dann die Videos wieder löschen, machen weitere neue Prop Trading Firmen rein. Und ich glaube, das muss reintötig sein. Logisch, jeder hat sein Bedürfnis. Jeder sagt, gut, ich möchte sehr schnell Geld verdienen. Aber man kann das Geld auch sehr schnell verlieren. Mein Tipp ist halt, wenn man wirklich richtig schön traden möchte, was natürlich, ja, sage ich mal, richtige Trader eher auf so eine Kapitalkonten zugreift mit richtiger Handelssoftware. Weil damit kann man wirklich viel besser handeln. Und man hat wirklich so 100% eine gute Auszahlung. Genau. Aber wie gesagt, ist es hier keine Empfehlung oder sonst irgendwas. Ihr findet auch kein Link zu irgendein Fremdkapitalkonto bei mir in irgendeiner Hinsicht überhaupt nicht. Ihr findet auch kein Waffe-Link, weil ich mache dafür auch keine Werbung. Ich sage nur meine Meinung dazu. Und wenn du jetzt wirklich trainen möchtest, ein richtiges Fremdkapitalkonto, dann nutze Apex oder Next Pop Trader, weil da funktionieren die Auszahlungen. Das sind richtige Unternehmen, wo es auch funktioniert und wo ihr wirklich eine richtig coole Handelssoftware habt, und wo besser ist wie Metatrader 4 und 5. Und ja, also mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ist es jetzt meine Meinung? Ich habe es euch gestern gesagt, heute wird so ein Video kommen, wo ich euch die eine zweite Variante zeige. Und das wäre jetzt die zweite Variante. Und ja, also jeder muss natürlich am Ende selbst entscheiden, was er natürlich macht. Wie gesagt, ich bin kein Anlageberater, auch kein Steuerberater oder irgendetwas anderes. Ich zeige hier nur meine Meinung. Macht bitte Selbstrecherche, alles was in der Telegram-Gruppe kommt. Bitte auch mich privat nicht einmal fragen, ist es gut, hast du Analysen gemacht und und und. Leute, macht selbst Analysen. Gebe ich euch eine falsche Information, ist es dann wieder doof für euch. Und da möchte ich mich nicht in die Nesseln setzen. Deshalb wirklich selbst recherchieren. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann am besten die Finger weglassen. Oder natürlich halt auf sowas hier zugreifen, wo halt richtige Datenfees existieren, wo ihr wirklich traden könnt mit einer richtigen Handelssoftware. Weil dann ist man wirklich auf hundertprozentiger Spur, dass es auch funktioniert, dass ihr ein Fremdkapitalkonto habt und dass ihr auch eure Gewinne aushalten könnt. Aber wie gesagt, ist es nur meine Meinung. Ich teile es euch nur, was der Unterschied ist zwischen einem richtigen Broker, also ein richtiges Fremdkapitalkonto im Gegensatz zu FTMO oder halt das deutsche Unternehmen, was ich gestern vorgestellt habe, das For the Packs. Weil das sind Unternehmen, die haben nur kleine Lizenzen für MetaTrader 4 und 5 und das war's. Und ihr zahlt hier nicht monatlich für eine Lizenz, sondern nur einmalig und das war's auch. Und ja, was schon sehr, sehr seltsam ist für verschiedene Prop Trading Firmen. Also, wenn man wirklich traden möchte, dann muss man natürlich pro Monat zahlen für Lizenzen und daher würde ich eher das hier empfehlen oder natürlich auch Apex. Aber wie gesagt, Empfehlung ist es kein Muss. Definitiv selbst nochmal das Ganze recherchieren. Das war's jetzt definitiv von mir. Passt theoretisch, wie gesagt, auch auf. Ihr könnt auch gerne in die Telegram-Gruppe reinkommen. Ihr könnt auch gerne den Link teilen, welche Prop Trading Firma ihr aktuell habt. Oder mal nachfragen in der Telegram-Gruppe könnt ihr auch gerne, was ich davon halte. Ich sage auch gerne meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, trotzdem sehr doll aufpassen bei so einem Unternehmen. Ja, das war's definitiv jetzt. Und morgen kommt ein Video zu den Copy Tradings, zu Atas. Das bei richtigen Datenfeels und das Copy Traden oder nicht das Copy Traden. Ihr könnt natürlich euer Konto dann verknüpfen oder mehrere Konten verknüpfen auf euren Atas Trader. Und ja, damit kann man dann auch recht cool traden mit sehr vielen Accounts. Ja, hier sage ich erstmal bis bald und bye bye.